Wir ficken Tina, Graham und Mandy Wir ficken Tina, Graham und Mandy Hey, pass auf, ah Ich liege im Bett im Vorstand oft Auf den Dielen des Massivparketts im Liebesnest Liebt ein Bikini, set ne Boxershows SPGs, Johnny Walker, Scotch Ein Kilo, Crack-Meat-Package, Stief in Letten Großballfaschen, Riesnick, Sekt und Gorbatsch Auf zwei Team-Bitches mit... Smeon ist scheiße Seine MKB-Runde Ist eigentlich gut Aber ich muss sagen, dass sie scheiße ist Weil das ist ein Kanal-Zerstörungs-Battle Er hat nicht wirklich so Social Media Und ich finde nichts über Bei ihnen Danke fürs Zuhören Bis zum nächsten Mal Smeon ist scheiße I like to have the sex with the children And I also like to have sex with the Pringles Smeon Ist ein fetter N*** Und heute reden wir über einen MKB-Teilnehmer Den die meisten bestimmt nicht kennen Den Mieter extra unsichtbar gemacht hat Damit er weiterkommt Und zwar geht es um Skibidi Gaming 69 Seine MKB-Runde Seine MKB-Runde Belanglos Langweilig Und außerhalb vom MKB hat er keine Präsenz Da fragt man sich Da fragt man sich Wieso Mietin In das Turnier reingepackt hat Aber ihn extra versteckt Nun ja Es gibt ein Geheimnis Skibidi Gaming 69 Ist in Wahrheit Superjallack123456789 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 Mixt lecker Metsumix Jeden Tag Metsumix Ich brule Metsumix Trinke jeden Tag Metsumix Ich tage Metsumix Jeden Tag mega lecker Metsumix Ausbieterchen Überall Corona aus Metsumix Metsumix Corona Hoanjo und Cola Colala Corona Cola und Corona Hoanjo Oh Oh Oh